Ja, soviel dazu. Aber wenn ihr glaubt, das war alles gewesen von dem Spiel, muss ich euch enttäuschen. Genau. Er ist auch da. So, was war das? Deathcredits, Blockstar, Orbulon. Ja, ein paar Herausforderungen gibt es jetzt noch, die da kommen. Und dann gibt es hier noch den die bunte Mischung, von der ich geredet hab, wo ich mindestens 30 erreichen kann. Da hab ich mal 50 erreicht, toll. Okay. Na gut. Machen wir nochmal Orbulon. Machen wir den auch nochmal mit. So, dafür brauchen wir jetzt aber die Balance-Stein. Der Balance-Stein, der ist hier. Ist das der? Bisschen Balance-Stein. Na gut. Machen wir das mal, ne? So. Hätten wir das. Okay. Wie mach ich das jetzt aber besser? Ich hab hier zwei Hände, die ich benutzen muss. Okay. Ah. Nunchuck plus... Scheiß-Ding hier. Was ist passiert? Ein Nunchuck hat das Ding getroffen. Oh wow. Schweine-Buhi, stütz ab. Äh. Gott, ey. Dieses Spiel. Das ist materiell fertig. Okay. Hau dich auf die Fresse, genau. Talk. Hm. Oh, jetzt leuchten wieder beide drumherum, oder wie? Okay. Soll mir recht sein. Oh. Jetzt wird's doppelt schlimm. Jetzt wird's doppelt schlimm. Wuhu. Was gehst du mit dem Tempel ab? Der fängt an zu fliegen? Okay. Der Tempel fängt an zu fliegen. Warum nicht? Na, was tun? Das Besteck. Halte den Balance-Stein in deiner linken und den Formenstab in deiner rechten Hand. Bleib wachsam. Ein Kampf um Zeit ist unvorhersehbar und unerbittlich. Okay. Hier geht's nur um den Balance-Stein. Das Besteck. Okay. Nicht fallen lassen. Was passiert? Oh Gott, ey. Das ist jetzt schon anstrengend. Okay. Das Besteck. Alles klar. Okay, auswickeln. Okay, ausgewickeln. Wir haben jetzt zwei Hände. Ich muss mich darauf achten, dass wir zwei Hände haben. Alles ist mit zwei Händen jetzt. Okay, das Besteck. Puh. Okay, bleib weiß hoch. Weiß hoch. Nicht. Ich hab doch weiß genommen. Ihr habt es gesehen. Ich hab's doch hochgezogen. Okay. Alles klar. Nicht fallen lassen. Ich will nicht fallen lassen. Okay. Verstehe. Oh Gott. Das könnte noch schwerer werden. Das könnte anstrengend werden für mich. Okay. Das Besteck. So halten. Angleichen. Alter. Das wird langsam echt anstrengend. Ja, jetzt soll ich kapieren, was man überhaupt machen soll. Tanzaffe. Tanzaffe. Ja. Alle tanzen. Yeah. Super Rockaffen. Puh. Da geht's. Das Besteck. Was? So? Okay. Alles klar. Okay. Hundepaddeln war das oder wie. Ich weiß es nicht. Kann sein. Die drei verschiedene Formen anschreiben von dem Besteck. Na egal. Einstellen. Das Besteck. Das Besteck. Das Besteck. Schon wieder A. Okay. Merken. Left. Right. Left. Okay. Yeah. Hula hula. Wir sind auf einmal in Costa Rica. Wollte ich schon fast sagen. Hier sind wir die Sanierung. Okay. Das Besteck. Die komische Art. Öffnen. Sag das so einfach. Was ist das für ein süchtiger Clown? Ja. Natürlich. Okay. Das Besteck. Okay. Treten. Mit dem Handel. Reden. Mit dem Ziel. Wow. Das war knapp. Alter. Okay. Alles klar. Boss. Boss. Das Besteck. Okay. Was müssen wir machen? K.O. Ja. Mann. Fick dich. Fick dich. Ja. Fick dich. Mann. Fick dich. Fick dich. Gleich ist der beste Kämpfer. Aufhängig. Gerade nicht. Irgendwie. So ein Muskeltyp. Oh. Oh Gott. Alter. Das Spiel dreht echt am Rad. Ich stehe gerade hier mit dem Stuhl. Dieses Rauschen ist mir stark. Gib es zurück. Oh. Oh mein Gott. So wie zu beschlagnahmung. Klopp. Guck mal. Man sieht meine Haare. Wenn überhaupt. Ich glaube durch die Abrundung sieht man es gar nicht. Aber jetzt sieht man meine Haare. Cool. Was kommt jetzt? Wer bist du denn? Was geht da ab? Das ist nur ein weiteres Minispiel. Was haben wir da oben denn jetzt noch? Dr. Crygor. Okay. Zeig mal was du drauf hast. Okay. Entferne die Balance Stein. Ach du Scheiße. War es das jetzt schon? Ach gut. Jetzt schmeiße ich den halt weg. Der Kelorienmesser. Der Kelorienmesser? Was soll's? Von mir aus. Puh. Dann soll's halt so sein, ne? Oh Gott, ja. Ich mach's mir was fertig. Hm. Na, ich kann trinken. Der Kelorienmesser. Ist vollendet. Das ist ja auch ein Kelorienmesser. Krägi. Hm. Das ist ein Kelorienmesser. Kein Kalorienmesser. Okay. Ich bin Krägi. Noch 20. Du schaffst das. Oh Gott. 20 Dinger? Ich muss 20 Dinger jetzt machen? Ja, von mir aus. Okay. Dann machen wir das mal, ne? Noch 19. Du hast jetzt angefangen, Boxer. Okay. Fällt dich, Mann. Geht doch. Assi. Meine Güte. Weiter geht's. Noch 18. Hantel. Werfen. Okay, geschafft. Oh Gott. Hantel machen jetzt echt kirre. Das wird echt lang so schwer. Ein Spaziergang. Zeichner. Ja. Ich hab nichts bloßgeschrieben. Okay. Mann. Noch 16. Okay. Wir müssen ganz viele Kalorien verbrauchen. Es kommt auch an, wie schnell wir sind dabei. Au. Schade. Okay. Okay, das Tau ziehen. Ja. Segen. Oh, da wird viele Kalorien verbraucht. Kalorien. Auch wenn es Kalorien sind. Gute Show. Das Tau ziehen. Okay. Hobeln. Wow. Ja. Neun Saturn gemacht irgendwie. Was soll's. Ach. Noch 13 bin ich gespannt auf das Ergebnis. Boxer. Schrumm. Ja. Dummes. Ey. Ein Dingsbums. Ach. Geil. Puh. Gute. Noch 13. Noch 12 meine ich. Wedel. Iiiiih. Hier stinkt nach Proatz. Oh wow. Lern dir wieder Altenluft riechen. Okay. Noch 11. Zeig mir Klafs. Okay. Das ist das letzte Mal. Kuhle Sammeln. Geld. 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 Wieso halte ich das eigentlich mal falsch rum? Man weiß es nicht. Ich halte es einfach falsch rum dann. No, noin. Die Stange. Schießen. Okay. So. Oh, die bauen die Augen gar nicht rein. Noch acht einfach, oder? Nee, ist nicht einfach. Doink, doong. Wow. Bei mir hat das ja gerade bei Antivirus gedongt. Okay. Die Hantel. Oh, so muss man die halten. Muskel, Muskel. Geige, gewinnt. Geige hat Bären. Muskel, das ist der schwarze Typ doch. Okay. Nein. Oh, so. Nein. Die Erde ist nicht genug. Hm. Das neue Erde. Man, ey. Musste das wieder passieren. Das neue Erde. Puh. Noch vier. Gute Show. Das zaut sie. König. Okay. Alles klar. Wir machen es gut. Noch drei. Regenschirm. Hallo, Fliege. Nein. Sie frisst mich auf. Okay. Noch zwei. Downcatcher. Hacken, 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 hacken. Wow, ich bin so eine komische Figur. Okay. Zielgerade. Steige nicht an. Hier, Ruckese. Okay, alles klar. Oh. Oh, nein. Die haben wieder so gerne Zeit von mir. Okay. Okay. Mal wieso muss ich bewegen auch unbedingt mitmachen. Nee. Oh, Gott. Geschafft. Ja, kann ich was aus dir geworden. Okay. Knorrig, bist ein bisschen dünner, aber ganz gut in Form. Ja, ist klar. Ende. Was kommt da jetzt noch? Aber nun wegen Spoons, warum nicht? Ja, das sind alles Minispiele, die ich mir noch zeigen werde. Naja, und... Ja, dann kommt noch die bunte Mischung. Und dann fehlt er noch eigentlich nicht mehr. Da haben wir alles gemacht, soweit. Alles, Let's Play, eigentlich mal durch. Ja gut, ich präsentiere mich noch mal in der Kamera. Gut, das war's dann erstmal wieder von WarioWare. Nächstes Mal zeige ich euch dann noch die Minispiele. Und, ähm, macht die bunte Mischung. Einmal die normale bunte Mischung, dann nochmal die Hardcore-bunte Mischung zeige ich dann nochmal. Das war noch eine Hardcore-Version, aber da mache ich dann keine bestimmte Zahl, und mache ich dann, soweit ich komme. Naja, bist du nächstes Mal dann bei... ...den lustigen Spielchen. Ciao, ciao! Ja! Mann. Ja. Ich denke, was muss ich noch machen, um diese Lasten für mich gut zu füllen. Ich spiele nochmal, ich zeige nochmal, was man im Formtabel so machen kann. Story. Ja, hier könnt ihr nochmal die ganzen Formen, etc. Also hier könnt ihr nochmal alles nachspielen, falls ihr das unbedingt wollt. Ihr seht, ob ihr auch noch nicht alle Sachen habt. Ich kann auch noch nicht alles freigeschalten, aber ihr könnt doch hier mal zum Beispiel rasieren auf. Das Mischungspiel spielen, ja. Oh, das ist auch extrem schneller Zeit. Ne, muss ja... Seht ihr, wie schnell ihr sein müsst? Schon nicht geschafft, ey. Das kann man gar nicht schaffen. Geil. Na, wisst ihr, so sind Sachen sind dann halt frei. Das ist dann auch extrem schwer, wenn ihr es haben wollt. Und jetzt... Jetzt zeige ich euch mal... Den Popelfinger. Und diesmal aber... Das ist ja noch die einfache Version. Guck mal, das kann man nicht schaffen. Egal. Was soll's. Aber man kann auch wie bei der 3V machen. Level 2 sieht dann so aus. Da hat man einen großen und größeren Finger nämlich. Genau, das war das gewesen. Und dann bei der 3. Version ist einfach nur ein Hammer. Das ist für Profis, ey. Schau mich das mal an. Roll mit zwei Fingern, ey. Yeah, man. Man, wieso soll ich das machen? Man. Naja. So viel dazu dann halt. Na gut, so könnt ihr... Hier könnt ihr ihm halt dann auch weites nachmachen. Was ihr so heute spielen wollt? Naja. Bis dahin geht er. Hosen. Hosenkarten habe ich hier noch keine auf denen. Ah, es gibt so viele. Naja. So viel dazu. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Spaß gehabt. Und wir hören uns dann nächstes Mal bei... Mario World. Ciao, ciao.